Als erstes muss man sagen, was der Erik in den letzten Monaten vollbracht hat, ist einfach der absolute Wahnsinn und das gehört einen riesen Respekt an. Und dann muss man halt auch sagen dazu, dass wir ein unheimlich starkes Team sind, was unheimliche Motivation aufbringt Tag für Tag. Und es ist natürlich auch schwer, sich in einer Situation, wo es nicht läuft, immer wieder ranzuziehen. Unheimlich tut das gut. Und meine Situation war unheimlich schwierig in den letzten Wochen und ich habe natürlich alles versucht, ins Positive umzuwandeln, was nicht einfach war. Aber ich bin jetzt mit einem guten Gefühl hergefahren. Ich habe nichts mehr zu verlieren gehabt und ich habe jetzt gesagt, auf der kleinen, jetzt greifst du einfach mal an und schaust mal, was geht. Und ich habe mich eigentlich auf der kleinen schon sehr gut gefühlt und musste eigentlich sagen, dass ich vom Leistungsniveau eigentlich schon wieder dran war. Und dann hieß es halt gestern oder vorgestern, ich bekomme die Möglichkeit, mich gegen zwei weitere Athleten durchzusetzen, gegen Fabian und gegen Tino. Und ja, wie gesagt, ich habe meine Chance genutzt und habe wirklich die besten Sprünge vom Winter gestern gemacht. Ich war zwar so unheimlich angespannt, weil so eine Ausscheidung jetzt nochmal bei der Olympiade ist natürlich nicht ganz einfach, weil jeder will ins Team, jeder will kämpft um den Startplatz und ja, wie gesagt, ich habe die Chance genutzt und ja, deswegen genieße ich das jetzt so. Also mir ging es ja früher genauso. Also ich habe zu den Großen nach oben geschaut, wie damals zum Ronny und ich habe mich hochgezogen, an ihn rangezogen und ich habe gesagt, das will ich auch mal werden, so ein Großer. Ich will auch zur Olympia fahren und das ist mir alles gelungen. Und ja, jetzt versuche ich natürlich nicht zu viel Preis zu geben, dass auch noch meine Möglichkeiten auf der Schanze und auf der Laufstrecke ausspielen kann, weil doch der Druck bei uns ziemlich groß ist und es kämpft jeder für sich, aber es muss ein fairer Kampf sein. Und wie gesagt, sobald Teamentscheidungen antreten, halten wir zusammen und kämpfen zusammen.